Herzlich willkommen zu einem absolut unverzichtbaren Video für alle, die auf der Suche nach dem perfekten Pizzaofen sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Fehler, die du unbedingt vermeiden musst, um das ideale Gerät für deine Bedürfnisse zu finden. Ein häufig begangener Fehler beim Pizzaofenkauf ist die unüberlegte Auswahl der Ofenart. Du stehst vor der Entscheidung zwischen Gas, Elektro oder dem traditionellen Holzofen und es kann leicht passieren, dass du die individuellen Vor- und Nachteile übergehst. Damit du nicht im Dunkeln tappst, empfehle ich, deine Bedürfnisse und Vorlieben zu analysieren. Frage dich, welche Art von Pizza du bevorzugst und wie viel Zeit du für das Vorheizen aufwenden möchtest. Wenn du beispielsweise den klassischen Holzofenflair bevorzugst und bereit bist, etwas mehr Zeit zu investieren, könnte das die perfekte Wahl für dich sein. Andererseits, wenn dir Bequemlichkeit wichtig ist, könnte ein Elektroofen die optimale Lösung sein. Ein weiterer oft übersehener Aspekt ist die Leistung des Ofens. Die Temperatur ist der Schlüssel zur Perfektion, eine zu niedrige Temperatur führt zu einer schlaffen Kruste, während eine zu hohe Temperatur zu verbrannten Belägen führen kann. Du solltest sicherstellen, dass der Ofen genügend Power hat, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Achte darauf, dass die Leistung des Ofens mit deinen Kochbedürfnissen übereinstimmt. Wenn du beispielsweise regelmäßig mehrere Pizzen hintereinander backen möchtest, ist ein leistungsstarker Ofen unerlässlich. Schau in die technischen Spezifikationen, um sicherzustellen, dass der Ofen deine kulinarischen Ambitionen unterstützen kann. Ein dritter, doch entscheidender Fehler betrifft oft die räumliche Planung. Nicht alle Küchen sind gleich groß und nicht jeder Ofen passt perfekt in jeden Raum. Bevor du einen Pizzaofen kaufst, überlege genau, wo du ihn platzieren möchtest. Berücksichtige dabei nicht nur die Größe des Ofens, sondern auch den Abstand zu brennbaren Materialien. Achte darauf, dass genügend Belüftung vorhanden ist, um eine optimale Funktion des Ofens zu gewährleisten. Die richtige Platzierung ist nicht nur wichtig für die Sicherheit, sondern auch für deine Bequemlichkeit beim Kochen. Niemand möchte sich durch die Küche quetschen, während er eine Pizza in den Ofen schiebt. Mess deinen Raum aus und wähle einen Ofen, der sich nahtlos in deine Küchendynamik integriert. Ein weiterer kritischer Faktor ist oft das Material des Ofens. Die Haltbarkeit und Wärmeleitfähigkeit hängen direkt davon ab. Du solltest dir die Zeit nehmen, die unterschiedlichen Materialien zu verstehen und herauszufinden, welches am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Ein Ofen aus hochwertigem Edelstahl kann beispielsweise langlebig und leicht zu reinigen sein. Auf der anderen Seite verleiht ein Schamottesteinboden einem Ofen eine hervorragende Wärmeleitung, was sich positiv auf die Kruste auswirkt. Überprüfe die Materialien sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie deinen Ansprüchen an Qualität und Haltbarkeit gerecht werden. Last but not least der fünfte und nicht zu unterschätzende Fehler. Die Preisfalle. Es ist verführerisch, sich von scheinbar günstigen Angeboten blenden zu lassen, aber bedenke stets, dass Qualität oft ihren Preis hat. Investiere in einen Pizzaofen von hoher Qualität, auch wenn er etwas teurer ist. Auf lange Sicht wird sich das als lohnenswert erweisen. Schau über den ersten Anschaffungspreis hinaus und denke an die langfristigen Vorteile eines hochwertigen Ofens. Studiere Kundenbewertungen und Rezensionen, um sicherzustellen, dass du das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis erhältst. Denn am Ende des Tages willst du nicht nur Geld sparen, sondern auch ein hervorragendes Pizzavergnügen genießen können. Nun, da du über die fünf häufigsten Fehler beim Kauf eines Pizzaofens informiert bist, hast du die Möglichkeit, diese zu vermeiden und eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Öfen verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir BI der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst.